In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, welche Bedeutung die mittlere oder durchschnittliche Änderungsrate für eine Funktion hat und es dann an typische Beispielaufgaben anwenden. Bevor wir loslegen, noch einen kleinen Hinweis für den Fall, dass ihr die Theorie schon hinter euch habt und nur ein paar Beispielaufgaben anschauen wollt. Unten auf der Zeitlinie könnt ihr gezielt zu den einzelnen Beispielaufgaben springen. Sonst schauen wir uns jetzt zur Erinnerung, welche Bedeutung diese mittlere Änderungsrate hatte. Und dafür schauen wir uns das Schaubild dieser Funktion f an. Und wir betrachten diese Kurve aus der Perspektive der Steigung. Das heißt übersetzt, wenn ihr dieses Schaubild jetzt von links nach rechts betrachtet, dann solltet ihr erkennen, dass die Kurve ständig steigt. Das heißt übersetzt, dass die Steigung durchgehend positiv ist. Aber uns interessiert nicht nur die Tatsache, dass die Steigung überall positiv ist, sondern auch der Wert dieser Steigung. Zum Beispiel am Anfang, hier, für x gleich 0, steigt die Kurve relativ schnell. Das bedeutet, sie besitzt eine relativ große Steigung. Und am Ende flacht die Kurve ab. Das bedeutet, sie hat eine sehr kleine Steigung. Allerdings interessieren wir uns in diesem Tutorial nicht für die einzelnen Steigungswerte, sondern für die mittlere oder durchschnittliche Steigung in einem bestimmten Bereich der Kurve. Das heißt übersetzt, wenn wir zum Beispiel auf dieser Kurve zwei Punkte wählen. Einmal hier ein Punkt P und einmal hier ein Punkt Q. Dazwischen gibt es natürlich unzählige Steigungswerte. Hier zwischen P und Q. Am Anfang ist die Steigung wieder ein bisschen größer und am Ende ein bisschen kleiner. Und wenn wir durch diese zwei Punkte eine Gerade durchziehen, die übrigens Sekante heißt, also eine Gerade, die eine Kurve in zwei Punkten steigt, heißt Sekante, dann könnten wir mit der Steigung dieser Sekante, dieser Geraden, einfach einen mittleren Wert für die Steigung der Kurve in diesem Bereich ermitteln. Und die Steigung dieser Geraden kann man, wie ihr euch wahrscheinlich aus der siebten, achten Klasse erinnern könnt, über einen sogenannten Steigungsdreieck bestimmen, wobei das hier Delta X ist und das hier Delta Y. Also, schlussfolgend können wir sagen, diese mittlere Änderungsrate ist eigentlich nichts anderes als die Steigung einer Sekanten, wobei diese Kante natürlich eine Geradengleichung ist. Und um die Steigung dieser Geraden zu bestimmen, brauchen wir folgende Formel, die ich unten links eingeblendet habe. Und zwar M steht für die Steigung ist gleich Delta Y durch Delta X. Diese Formel kommt euch hoffentlich noch von früher bekannt vor. Jetzt müsst ihr euch nur noch erinnern, was Delta X und Delta Y allgemein sind und damit haben wir schon die Formel. Dafür betrachten wir die allgemeinen Koordinaten der Punkte P und Q. Fangen wir mit P an. Also P hat die allgemeine X-Koordinate X1. Entsprechend lautet dann die passende Y-Koordinate F von X1 oder abgekürzt Y1. Das gleiche gilt auch für Q. Q hat die allgemeine X-Koordinate X2 und die passende Y-Koordinate F von X2 bzw. Y2. Und Delta X und Delta Y steht für die Differenz dieser X- bzw. Y-Werte. Das bedeutet, so wie die Formel es sagt, fangen wir oben im Zähler mit der Differenz der Y-Werte. Das heißt für uns einfach f von X2 minus f von X1. Das können wir uns auch hier hinschreiben. f von X2 minus f von X1. Und im Nenner Delta X bedeutet die Differenz der X-Werte, also X2 minus X1. Damit habt ihr schon die Formel, die ihr braucht, um diese mittlere Änderungsrate zu bestimmen. Und man kann diese Formel auch noch ein bisschen vereinfachter schreiben, wenn man es mag. Und zwar als Y2 minus Y1 durch X2 minus X1. Nur mal so eine Bemerkung am Rande. Diese Formel hat auch einen besonderen Namen. Es heißt Differenzenquotient. Und da wir jetzt die Formel kennen, können wir auch ein paar typische Beispielaufgaben anschauen. Ich überfliege die erste Aufgabe, bestimme die mittlere Änderungsrate von f im Intervall 1 bis 6 und uns ist das Schaubild dieser Funktion f eigentlich schon gegeben. Zur Unterstützung nehmen wir natürlich die Formel, die wir vorher hergeleitet haben. Und wie ihr können könnt, anhand der Formel, braucht ihr X- und Y-Werte, um diesen mittleren Steigungswert auszurechnen. Dieser Intervall oben in der Aufgabenstellung liefert euch immer die X-Werte. Also, das bedeutet, X1 wäre 1 und X2 wäre 6. Deswegen brauchen wir nur noch die passenden Y-Koordinaten und die können wir hier anhand von diesem Schaubild ablesen. Also, wir gehen zuerst an der Stelle 1, das ist hier auf der X-Achse und dann hoch zu der Kurve und da haben wir ungefähr eine Y-Koordinate von 1,5. Also, können wir mit gutem Gewissen an dieser Stelle sagen, f von 1 ist ungefähr 1,5. Genauso verfahren wir auch mit der 6. Also, wir gehen hier auf der X-Achse steigende 6, dann hoch zu der Kurve und da ist es ein bisschen leichter abzulesen, das ist einfach 5, die passende Y-Koordinate. Also, f von 6 ist gleich 5. Und jetzt können wir diese X- und Y-Werte in unsere Formel einsetzen. Also, wir haben dann M ist gleich und oben tragen wir natürlich die Differenz der Y-Werte. Y2 wäre dann f von 6, das ist natürlich 5, minus 1,5 durch die Differenz der X-Werte, in diesem Fall 6 minus 1. So, zusammengefasst ergibt das 3,5 geteilt durch 5 und das ergibt dann 0,7. Genauso schnell lösbar ist auch die zweite Beispielaufgabe, die ich vorbereitet habe. Also, bestimmen die Mitteleränderungsrate von f im Intervall diesmal von 1 bis 3 und f von X besitzt die Gleichung 3X² minus 4. Ihr kennt den Unterschied zu der ersten Beispielaufgabe. Hier ist keine Kurve gegeben, sondern dafür ein Funktionsterm. Im Prinzip verfahren wir sehr ähnlich. Wir legen erstmal unsere X-Werte fest. Also, X1, O ist 1 und X2 ist 3 und zur Erinnerung, die Formel, die wir brauchen, sieht dann so aus. Also, wir brauchen erneut die Y-Koordinaten. Deshalb berechnen wir mit Hilfe dieses Funktionsterms einmal die Y-Koordinate an der Stelle 1, also kurz gesagt f von 1, das wäre dann 3 mal 1 hoch 2 minus 4. Zusammengefasst ergibt das minus 1 und einmal noch die Y-Koordinate an der Stelle 3. Das würde für uns bedeuten, 3 mal 3 hoch 2 minus 4. 3 mal 3 hoch 2 sind 27, minus 4 sind einfach 23. Jetzt haben wir die passenden X- und Y-Koordinaten, also können wir erneut die Formel anwenden. Wir fangen natürlich oben Zähler wieder mit den Y-Werten. Also, wir haben einmal die 23, das ist unser Y2, minus und dann kommt die minus 1. Aufpassen mit der minus minus Klammer. Und unten Differenz der X-Werte, das ist ein bisschen einfacher, 3 minus 1. Zusammengefasst ergibt das 24 geteilt durch 2 und das sind natürlich 12. Also, das wäre unsere mittlere Änderungsrate für diesen Intervall. Da dieses Thema häufig auch bei anwendungsorientierten Aufgaben auftaucht, darf natürlich an dieser Stelle eine Textaufgabe nicht fehlen. Und das ist dann unsere dritte und letzte Beispielaufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Eine Bakterienkultur vermehrt sich in eine Petrischale. Die Fläche, die von Bakterien bedeckt ist, kann mit Hilfe der Funktion Groß A modelliert werden. Wobei die Funktionsgleichung für A von T gegeben ist. Und zwar, in der Klammer hinter der Funktion steht da T zwischen 0 und 7. Also, wir betrachten das Ganze auf der X-Achse sozusagen zwischen 0 und 7 Stunden. Und A von T ist die Fläche in Quadratzentimeter. Bestimme die mittlere Änderungsrate der bakterienbesetzten Fläche für die ersten 4 Stunden und interpretiere das Ergebnis in Sachzusammenhang. Für den Fall, dass das zu schnell ging, drückt ruhig auf Pause und liest in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Ich gehe davon aus, dass das erledigt ist. Zur Erinnerung nochmal die Formel, die wir gleich brauchen werden. Ihr merkt, ich habe auch die Formel ein bisschen verändert. Wir haben jetzt keine X-Werte. Wir haben jetzt T-Werte an der X-Achse sozusagen. Deshalb habe ich minimal die Formel angepasst. Allerdings bedeutet das trotzdem für uns, dass wir erstmal aus dieser Aufgaben- bzw. Fragestellung erkennen können, was unsere T-Werte sind. Und wenn ihr die Fragestellung nochmal überfliegt, solltet euch auffallen, dass es hier steht, für die ersten 4 Stunden. Übersetzt heißt das für uns, dass wir den zeitlichen Bereich zwischen 0 und 4 betrachten. Das heißt, T1 wäre entsprechend 0 und T2 wäre natürlich dann 4. Jetzt brauchen wir nur noch passende Y-Koordinaten und dafür setzen wir diese T-Werte in dieser Funktion oben A von T. Also entsprechend berechnen wir einmal A von 0. Also wir ersetzen überall das T oben mit einer 0 und ich glaube, das ist ganz einfach nachvollziehbar. Da fliegt alles raus bis auf die 1,5 hinten. Ein bisschen nerviger ist, wenn wir das Ganze mit der 4 machen, dann müssen wir natürlich oben überall das T mit einer 4 ersetzen und das kann man natürlich nur mit Hilfe eines Taschenrechners bestimmen. Deshalb habe ich jetzt diesen Wert im Taschenrechner eingetippt und habe als Ergebnis näherungsweise 3,836 rausbekommen. Jetzt können wir auch die Formel auf der rechten Seite anwenden. Also M wäre dann entsprechend. Fangen wir damit sozusagen Y2 an. Das ist bei uns A von 4. A von 4 ist dann 3,836 und 6 minus A von 0 sind dann 1,5 durch 4 minus 0. Auch diese Zahlen oder dieser Bruch habe ich dann in den Taschenrechner eingetippt und als Ergebnis habe ich dann 0,584. Aber auch wenn ihr das Gefühl habt, wir sind fast fertig, das ist leider noch nicht ganz der Fall. Wir sind im Sachverhalt. Das bedeutet, wir müssen am Ende auch noch einen Antwortsatz liefern und damit dieser Antwortsatz vollständig ist, müssen wir für die mittlere Änderungsrate die passende Einheit bestimmen. Ja, das hat uns bei den ersten zwei Beispielaufgaben nicht interessiert, aber hier schon. Und darum geht es ja, an dieser Stelle nachzuvollziehen, welche Einheit hinter diesem Wert bei der mittleren Änderungsrate steht. Dafür schauen wir einfach, was uns die Funktion über die t- und die a-Werte verrät. Wir haben hier oben in der Klammer stehen, dass die t-Werte in Stunden gemessen werden. Das bedeutet, bei diesem Bruch hier unten mit den Zahlen 4, minus 0 geht es um Stunden. Und bei der a-Werte steht auch hier in Klammer, dass a in Quadratzentimeter gemessen wird. Das bedeutet, oben im Zähler haben wir Quadratzentimeter. Und damit haben wir eigentlich schon unsere Einheit. Es sind Quadratzentimeter pro Stunde. Ja, und natürlich mit dieser Einheit können wir auch einen passenden Antwortsatz formulieren. Und der könnte wie folgt lauten. In den ersten vier Stunden nimmt die von Bakterien besetzten Fläche im Durchschnitt um 0,584 cm² pro Stunde zu. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es wäre natürlich wichtig, in Verbindung mit diesem Thema die Zusammenhänge zwischen mittlere und momentane Änderungsrate zu kennen. Außerdem solltet ihr in der Lage sein, die momentane Änderungsrate mithilfe der H- oder X-Methode zu bestimmen, sowie die momentane Änderungsrate oder die Ableitung in Sachzusammenhang verstehen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.